Hallo Österreich, wir freuen uns hier auf dem Red Bull Ring. Neben mir sitzt Peter Carlsen, ein großer Fan dieser Rennstrecke. Das stimmt, danke. Und zwar, weil es auf dieser Strecke schon immer um halbsbrecherische Geschwindigkeit geht. Es gibt unglaubliche Abschnitte auf diesem Kurs, die die Fahrer also auch grittlich machen. Und uns macht es glücklich dabei zuzusehen, vor allem angesichts der Talente, die hier antreten. Freuen wir uns also auf einen großartigen Renntag auf dem Red Bull Ring im Schuss. Bam Bam in the Bam Bam Asshorn. Heh heh. Achtung. Achtung. Kommandasse EGK. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich bin ja über den Weg. Ich merke das nicht. Ich weiß nicht, ich habe einen Polar. Untertitelung für funk, 2017 Die Strecke war bei Quint 2, war leichter. Die Autos fahren aber auch hier, werden es anders. Haha, Reaver! Noch bist du nicht weg. Man, seit wann kriegst du denn eine Probe? Man, seit wann kriegst du denn eine Probe? Nein! Den Audi hat sie mir allein aufgemacht. Fischst die Brüttel! Warnig! Warnig, war! Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Nein, 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 nein.